Wir begrüßen Sie bei der Firma Stadler und wollen Ihnen heute zeigen, wie wir mit dem Mike Sander Korrosionsschutzfett arbeiten. Wir beschäftigen uns schon seit 1995 mit dem Mike Sander Korrosionsschutzfett und seit dem 18. Lebensjahr beschäftige ich mich schon mit Fetten und Ölen, Fahrzeuge zu restaurieren und behalten. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir können auch den Unterboden professionell Trockeneis strahlen. Das heißt, der Unterbodenschutz oder Schmutzrückstände werden mit minus 60 Grad scharfem Eis abgetragen. Wir können auch den Unterboden professionell Trockeneis studieren. Untertitelung des ZDF, 2020